Miss, hallo? Hey, Miss! Ich brauche Hilfe, dringend. Sie dürfen hier nicht rein. Wir operieren. Bitte. Gehen Sie raus. Sie hätten ihn sowieso nicht mehr retten können. Der Tumor sitzt bereits im Cortex auf der rechten Seite der Wirbelsäule. Er wurde an Bord wie mit Drogen eingesetzt. Sie müssen ihn entfernen. Er ist undicht. Jetzt sofort. Gut. Ich verabreche Ihnen nur ein Lokal-Anästhetikum. Nicht nötig. Ich verabreche Ihnen nur ein Lokal-Anästhetikum.